Moin Leute, also da bin ich wieder mal seit langem. Es ist ja nun langsam, hier wurde ja nun Winter und naja, dann hat man mehr Zeit. Im Jahr über war ich unterwegs gewesen, meistens war ich kaum zu Hause. Was soll man machen, wa? Zu Hause sterben die meisten Leute, sagt man so schön. Ja, und ich habe mir verkleidet, ein bisschen hier, so als, ja, wie soll ich sagen, also diese Mütze habe ich mir selbst gestrickt und, ja, jetzt könnte er lachen wahrscheinlich. Und das Modell war quasi ein Kartoffelpuffer, ich habe Kartoffelpuffer backen und zwar habe ich selber immer, mache ja jedes Jahr, arbeite ich ja meine Scholle und dann habe ich mal jedes Jahr einmal, da habe ich selber dann, mache ich Mittag, war und dann Kartoffelpuffer. Und das reicht aber gerade so für drei Puffer und da kam mir die Idee hier, so dieser wunderbaren Mütze und dann habe ich dann meiner Frau gesagt, also ich habe den hier gemacht, meine Frau, die möchte doch so ein, hat das Kartoffelpuffer als mir eine Mütze gestrickt und da hat sie mir die gestrickt und ich finde, die steht mir ganz gut. Ja, also ich grüße alle Leute, die hier mich noch kennen und möchte hier ein Lied singen, also Lovers of the World Tonight, also, oder, ja, man weiß, man weiß auf dieser Welt nicht, wo die Liebe fällt. Das ist eigentlich komisch, wir haben Milliarden Leute auf der Erde, oder Milliarden, vielleicht noch mehr als Milliarden und tatsächlich finden sich zwei, die eventuell, wenn sie Glück haben, das ganze Jahr zusammenbleiben. Das ganze Jahr, sage ich ihm, das war, bei mir waren es zwölf Jahre, nee, ich meine das ganze Leben. Und das ist irgendwie so, ist ja faszinierend, oder nicht? Ist das nicht irgendwie eine tolle Sache, dass so viele Menschen existieren und zwei finden sich, die sie mögen? Ja, und da, ja, das finde ich, ich habe darüber nachgedacht, umso älter ich werde, umso mehr kommen mir so in die Dange im Kopf, wie das möglich ist, dass man einen Partner hat, eine Partnerin und man versteht sich gut und, ja, ohne dem wird es vielleicht nicht blöd, nämlich an. Wer geht schon gerne alleine durchleben? Naja, also, Lovers of the World, unite! Lovers of the World, unite! You are alone, oh, what a right! People are short, feel the way! Getting some on every day! Keeps the fire, hope, dream a bright! Lovers of the World, unite! 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 I've got people here in my song, if you fear the world is wrong! All the vision are they share, dreams have died and no one fear! I think they're just say, you know how! I think they're just say, you know how! So I ask them, living now! I ask them, living now! Lovers of the World, unite! You are alone, no one, right! People are short, feel the way! You are alone, no one, right! Meading some on every day! Keeps the fire, hope, dream a bright! Lovers of the World, unite! To play the World, unite! Lovers of the World, unite! Untertitelung des ZDF, 2020 Dankeschön.